Wir befinden uns im Jahr 2017. Ausländische Geheimdienste haben erfahren, dass von deutschen Wissenschaftlern und Ingenieuren eine Zeitmaschine konstruiert wurde und streng bewacht, irgendwo in dem kleinen Ort Krölber, versteckt, Lada. Zwei der fähigsten Agentinnen wurden beauftragt, diese Zeitmaschine aufzuspüren und zu entführen. Hier drin könnte sie vielleicht sein. Psst, leise. 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 Musik 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 Applaus 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 Sieh mal hier unter der Blame. Also unter streng bewacht verstehe ich etwas anderes. Kein Mensch weit und breit zu sehen. Komm, wir legen gleich los, bevor uns jemand entdeckt. Musik Ich glaube, wir müssen hier den Hebel in Bewegung setzen. Vorsicht, erstmal nur wenig, wer weiß was passiert. Musik 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 Maxime, lauter tolle Mädels. Wow! Wo kommt ihr denn plötzlich her? Und wer seid ihr? Wir sind nur der Wachtling für diese Zeitmaschine. Ist aber ein langweiliger Job und so haben wir nur ein Nickerchen gemacht. Na super, nun ist alles zu spät. Wir sind gerade im Jahr 1960 angekommen. Wenn wir schon mal gestalt sind, sollten wir das Ding doch auch mal richtig austesten. Lasst mal einen richtigen Mann an den Hebel. Stopp! Geht nicht! Der Hebel bleibt! Du suchst doch was! Emma! Wo sind wir? Oh, ein Mammut. Irgendwelches Wäden. Das sieht ganz wie die Steinzeit aus. Als ich aussteigen werde ich, hier garantiert nicht. Aber unser Solarakuh ist fast leer. Da muss ich erst wieder aufladen. Am besten, wir machen die Maschine etwas leichter. So kommen wir vielleicht schneller von ihr wieder weg. Wir könnten ja die Sitze ausbauen. Gute Idee, aber dann verhalten wir uns erst einmal ruhig, bis wir wieder starten können. Dann gehen wir mal an. Und dann gehen wir noch mal ein bisschen. Wie geht's? Untertitelung. BR 2018 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 Das macht gewalt, ja. 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 Musik 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 Musik